Es handelt sich um die Dokumentale 14, während es ist jetzt erst die Dokumenta 13. Das heißt, wir sind natürlich der Dokumenta um eine dokumentale Zeiteinerheit sogar voraus. Wir waren vorher da. Unser Programm heute Morgen ist dicht, deswegen möchte ich jetzt eine kurze Pause machen. Sie können den Inhalt des Katalongs übrigens hier auf dem Bildschirm in Augenschein legen. Erwerben können Sie ihn dann in einer späteren Pause. Es ist ein sehr kunstfanatischer Hund sogar. Also manchmal, wenn es mir zu viel wird auf irgendwelchen Vernissagen und so weiter und ich möchte gehen, möchte der Hund meistens bleiben. Also erher ziehen mich dann immer an die Stellen. Ich denke, es liegt darin, dass die Essensfräste, die auf dem Boden liegen, natürlich Ihnen besonders gut schmecken. Meine Damen und Herren, ein großer, vielleicht der größte Künstler unserer Zeit. Ja, bitte schön. Ja. Oh ja. Ja, meine Damen und Herren. Meine Künstler sind ja auch schon überall am Werk mit ihren Projekten. Man kann wirklich nicht unterscheiden, waren diese Projekte schon immer da oder sind sie erst zur Dokumentale 14 entstanden. Ja, mit dem kleinen Tischchen. Also genießen Sie die Erbsensuppe, genießen Sie die Kunst. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.